Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 18. November 2021. Mit einem Tag versatzt, hört ihr die Geek Talk Daily 1120. Heute mit den folgenden Themen. Qualcomm, Epic Games, Material You, Werkzeuge, Spotify, OnePassword und Android TV. Ich starte gleich mal mit Qualcomm. Die haben nämlich einen ziemlichen Schlag vor den Bug bekommen mit den Apple-Prozessoren, die es da so draussen gibt, die in der neueren Generation doch ziemlich so allem Möglichen davonrennen. Nicht unbedingt immer und überall mit der grössten Performance, vor allem aber, und da ist sie auch wichtig, das betonen wir immer wieder im Geek Talk, auch im News-Format, nämlich bei der Stromverbrauchung, beim Stromverbrauchen, so rum wahrscheinlich irgendwie in fast korrekt Deutsch. Genau, sie rennen ganz schnell, verbrauchen aber fast keinen Akku, in Anführungs-Schlusszeichen gesagt. Und das ist das grosse Ziel. Qualcomm hat jetzt an der Quartalskonferenz, war es, Quartalskonferenz, einfach bei einem Unternehmens-Dingsbummens, da erzählt, dass sie in Zukunft, und zwar in neun Monaten möchten sie schon soweit sein, einen Chip auf den Markt bringen können, der auf der Basis oder auf dem Niveau von einem Apple-Chip sei. Ja, da bin ich mal gespannt, vor allem, ja, in neun Monaten ist der Apple-Chip ganz woanders. Mal schauen, welchen, dass sie da denn referenzieren. Man darf gespannt sein. Auf jeden Fall würde es der Branche gut tun, aber Apple ist ja schon so lange mit seinen speziell auf sich abgestimmten Prozessoren unterwegs, da könnte es ein bisschen länger dauern als eben die genannten neun Monaten. Aber lassen wir uns überraschen. Tim Sweeney ist ja so ein Typ, Epic Games CEO, für all diejenigen, denen der Name gerade nichts sagt. Der ist ja kein Fan von Google und auch nicht von Apple, weil die ja so böse App-Stores haben, wo sie Geld verdienen, womit sie ihre Plattform und die Geräte auch irgendwie monetarisieren. Und er will jetzt was ganz anderes. Er möchte jetzt einen Über-Drüber-Store, der, ja, sage ich, ich will diese Facebook-App, und die klicke ich mir und die habe ich dann auf der Xbox, auf dem Switch, auf dem Android-Smartphone, auf dem Apple-Device. Egal welches, Phone, Tablet oder MacBook oder Desktop-Rechner und so weiter. Finde ich lustig. Er, der kritisiert, dass einer die grosse Übermacht hat auf all den genannten Systemen, und wohlbemerkt, da geht es entweder um Android oder um Apple oder um Microsoft etc., der möchte einen Über-Drüber-Store. Sehr, sehr speziell. Aber eben, ihm würde es halt dienen und er könnte seine Zahlen noch ein bisschen optimieren. Lieber Herr Sweeney, machen Sie mal ein bisschen mehr für die Kundschaft, damit die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld ausgibt. Dann können Sie die direkt melden über ihre Quellen, die Sie da so haben. Google kehrt dem Material-Design den Rücken zu. Nee, nicht überall auf den iPhones, auf dem iPad. Wieso? Weil dadurch sich die ganzen Apps von Google ganz stark von Apple-eigenen Apps und den Vorgaben von Apple wie Apps auszusehen haben, der UI und der UX-Sprache generell, einen Strich durch die Rechnung machen und die immer negativ oder vielleicht auch positiv auffallen. Man möchte sie jetzt besser ins System integrieren und somit passt man sich erstmalig auf eine Plattform wieder den Gegebenheiten an. Ich bin mal gespannt, auf welche Plattform sie sich dann als nächstes anpassen werden. Bei Apple, die haben heute Nachmittag eine sehr, sehr spannende Pressemitteilung rausgehauen. Und zwar, es geht um Reparaturfähigkeit von Geräten. Das wurde Apple schon das eine oder andere Mal angekreidet. Ist ja immer einfach, da beim Grössten oder beim Stärksten in der Branche zu rütteln, um eben das zu fordern. Und lange war das Apples Auskunft ganz einfach. Es hiess nämlich, repariert bei uns und oder bei einem zertifizierten Händler. Händler, mein Gott, reden manchmal. Genau. Dem ist bald nicht mehr so. In den USA startet das Ganze im Laufe des nächsten Jahres. Und dann kommen auch weitere Länder dazu. Welche das sind, weiss man natürlich noch nicht. Was startet Apple für das iPhone 12? Und das iPhone 13 sollen Reparaturwerkzeuge und Einzelteile kommen. Das sind vor allem zum Start mal Batterien, Display, Kameramodule etc. Worüber man dann schlussendlich mit den gekauften Werkzeugen und eben Originalersatzteile selber das Ganze tauschen kann. Spannend wird es dann später, wenn auch die ganzen M1 Computer mit dazukommen. Auch da soll man Dinge selber machen können. Natürlich immer mit entsprechendem Werkzeug etc. Aber man kann dann selber reparieren. Somit hat dann Apple da wieder mal eine kleine Vorreiterrolle, was das anbelangt. Obwohl, wenn man es genau nimmt, bei vielen anderen Herstellern kann man ja schon selber rumschrauben. Und braucht meistens ja keine Spezialwerkzeuge. Aber ihr bekommt Originalteile und das ist ja nicht bei ganz jedem Hersteller immer so möglich. Vor allem da bei vielen Herstellern in den jeweiligen Smartphones zum Beispiel ein extremes Krüsimusik drin ist. Also ist ja nicht immer so, dass jedes Samsung-Device das genau gleiche Mikrofon verbaut hat. Auch nicht beim gleichen Modell etc. Und solche Geschichten. Das wird auf jeden Fall spannend und Apple geht da natürlich auch zukünftigen Klagen damit aus dem Weg. Heute, also besser gesagt gestern heute, war Spotify down. Nicht nur Spotify, es kamen dann auch Dienste wie Discord und ähnliche mit dazu, die Probleme vermeldet haben. Plötzlich nicht mehr Ansprechwaren etc. Und das hat den Grund, nämlich wie man mittlerweile herausgefunden hat, die Google Cloud hatte ein gröberes Problem. Dank massiven Ausfall von Google Servern konnten diverse Dienste, die eben auf diesen Hosten nicht mehr angesprochen werden. Ziemlich doof, wenn man auf das setzt. Man kennt es im letzten Jahr ja schon von Diensten, die bei der Amazon AWS Cloud gehostet waren. Oder auch bei Microsoft Azure, da gab es immer wieder mal Ausfälle. Jetzt war mal Google wieder dran. Unter Windows gibt es ein Update für One Password. Und nämlich ist da jetzt die Version 8.0 da. Die habe ich in der Beta schon mehrfach gesehen und kurz antesten können. Die kommt nächstens dann auch auf anderen Plattformen wie Linux, Android und macOS sowie iOS. Nun ist sie hier für Windows verfügbar. Und oder erzähle ich hier Quatsch. Ne, ne, ich habe die Siebner. Doch eben, es war ja so, ich hatte eine Beta drauf. Ja, Mike, lieben Gruß an der Stelle. Ich hatte eine Beta auf dem Testrechner, um mir die neue Version von One Password 8 anzuschauen. Wer es noch nicht angeschaut hat, finde ich ihn extrem praktischer und guter Password-Manager. Zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit rund um das Thema Android TV. Ab sofort könnt ihr nämlich direkt von eurem Smartphone oder auch Tablet, sofern es ein Google-Device ist, Apps, Downloads anstossen, die dann auf der Android-TV-Geschichte laufen oder besser gesagt runtergeladen werden. Das macht auf mehreren Fällen Sinn. Zum einen, wenn man unterwegs ist, kann man da schon mal eine App nach Hause schicken zum Download. Aber man kann auch das Ding umgehen, wenn man zwar so eine schicke Android-TV-Oberfläche hat, aber ein schlechtes Eingabegerät oder das mal eben gerade nicht zur Hand ist, ein bisschen weiter vorne, wenn man aufstehen müsste. Da ist es ganz einfach. Man kann hier dann auf das Smartphone zurückgreifen oder eben das Tablet. Sehr praktische Neuigkeit, wie ich finde. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.